Und wenn ich sage Eishockey-Fieber, dann möchten wir sie natürlich mit diesem Eishockey-Fieber anstecken. Schauen Sie mal hier. Whitfield avanza, supera la blutia, taco, larga per la Liberté, tira Goal! Solo treu, solo treu! La Liberté! Hier viene Whitfield, Whitfield in anglo, Whitfield mit einem Sekunde! Goal! La Liberté! Encore Barzano! Encore Barzano! Disco, ripartiamo anche in 3-2, 2-1. Pansi, Pansi per la Liberté! Nooo! Solo sei! Tirate i capellini! La vit la Liberté ne ha messi 3! Siamo sei a uno! Also ich glaube, das braucht man nicht weiter kommentieren, oder? Das ist sensationell!